Geschenke kaufen, verpacken und liefern. 27 Stunden täglich. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Und wofür? Das mag ich nicht. Ist uncool. Sowas will ich auch. Sowas will ich auch? Das ist hier doch kein Wunschkonzert. Besorgt's euch doch selber. Tja, die besten Geschenkideen. Das Neueste vom Neuesten. Sowas will ich auch, AT. Schenkt euch glücklich. Halleluja.